Ahoi liebe Otter! Ja, heute mal ohne Hut, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, heute ein Video zu machen. Aber bei uns sollen momentan Orkani-Unwesen treiben. Momentan ist es nur ein bisschen windig draußen, das heißt es soll wohl noch erst der Anfang sein. Wir erwarten wohl Windgeschwindigkeiten von 150 kmh oder so. Ich zeige euch mal so ein bisschen Wind. Sieht gut aus, ne? Hier, da so, da. Da. Und da. Ja, also wie ihr seht, es ist sehr windig, das heißt Feuerwehr wird heute wieder voll im Einsatz sein. Das heißt, ich werde wieder einen Stau haben oder so. Mal gucken, wie ich durchkomme. Hoffentlich komme ich auch nach Hause. Wenn nicht, dann wird es ja wenigstens keine Videos mehr von mir geben, was ich mega tragisch finde. Alter. Schon ein bisschen heftig. Ja. Gut. Das ist erstmal von mir. Ich kann mich ja mal melden, wenn ich wieder zu Hause bin. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt oder ob ich die ganze Sache hier überlebt habe. Uiuiuiuiui. Es windet so sehr. Seht es euch an. Und wie gesagt, das ist erst der Anfang. Guck mal an die Bäume, die gehen über den Zaun. Die Stangen, Alter. Jede Fahne hätte jetzt ihren Spaß. Außer Finn. Finn hat jetzt keinen Spaß, weil Finn muss bei dem Wetter noch. Fahne. Yeah. Wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wie gesagt, ich kann mich ja nachher nochmal melden. Fröhliches Händchen halten. Und vielleicht sehen wir uns später nochmal. Oder nie wieder. Mal gucken, wie ich hier rauskomme. See you. Okay. Das war's für heute.